Hui, da haben wir ja letztes Mal ein ganz tolles Abenteuer erlebt. Da haben uns der miese Panplam und der fiese knutschige Schnuthelm uns auch tatsächlich in dieses Bergwerk geschickt, damit wir einen roten Stein dort rausholen. Und dann sind wir auch noch mit einem Knacksel zusammengestoßen. Oh Mann. Aber zum Glück ist diese Konfrontation gut überstanden, wir haben uns anfreunden können. Und da wollen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht, ne? Das ist eine ziemlich beeindruckende Steinsammlung. Muss ich sagen. Gut gemacht, Knacksel. Willkommen in meinem Geheimversteck. Das ist meine Schatzkammer. Wow, Wahnsinn! Zieh dir nur die ganzen funkelnden Steine an, Nagi. Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler von Edelsteinen. Es war nicht leicht, sie alle zu finden, aber das sind die Früchte meiner Arbeit. Eine ganze Weile blieb mein Versteck hier untergeheim. Bis eines Tages die Rotomoff plötzlich bei den Bergarbeiten durch die Wand brachen. Seitdem taucht hier ständig irgendwelches Gesindel auf, um meinen Schatz zu stehlen. Deshalb ist es auch verboten, den Tunnel, der hierher führt, zu betreten. Wer sich trotzdem unerlaubterweise hier einschlich, bekam es mit mir zu tun. Eigentlich hatten wir Knacksel versprochen, ihm in solchen Fällen zu helfen. Aber im Ernstfall sind wir immer zu ängstlich. Eine einzige Zitterpartie. Verstehe. Tut mir leid, dass wir euch so viel Ärger bereitet haben. Aber wie dem auch sei, wir kennen jetzt das Geheimnis des Bergwerks. Und wir haben eine unglaubliche Schatzkammer gesehen. Wir haben ein echtes Abenteuer erlebt. Was will man mehr? Ich bin euch sehr dankbar, Knacksel und Rotomoff. Und dir natürlich auch, Nagi. Ich liebe Abenteuer und bin voll auf meine Kosten gekommen. Aber ohne dich hätte ich das nie geschafft. Und weil ich mein Versprechen halte, zeige ich dir jetzt den tollen Ort, von dem ich sprach. Komm, Nagi, lass uns zurückgehen. Einverstanden. Ich bin schon gespannt, was das für ein toller Ort sein mag. Und Pampam und Schnuthelm werden einfach ignoriert. Die sind einfach... Ja, ignoriert die beiden. Sehr schön. Oh, wen haben wir denn da, wenn das mal nicht Nagi ist? Hey, ihr zwei. Wir wollten euch eigentlich gerade ignorieren, aber... Na gut, was wollt ihr? Und? Warte, wie versprochen im verbotenen Tunnel? Ja, waren wir. Das war vielleicht ein Spaß. Was? Im Ernst? Das kann ja jeder sagen. Wo ist denn der Beweis? Habt ihr uns die roten Steine besorgt? Nein. Hä? Die Steine sind Knacksels Schatz. Er hängt sehr an ihnen. Also konnten wir sie nicht einfach so anstecken und verschwinden. Aber wir haben sie gesehen und werden uns immer daran erinnern. Das ist viel besser. Mal wieder eiskalt. Ignored. Los, Nagi, hier entlang. Ah, hier kommen wir also hin. Hätte ich mir doch eigentlich denken können. So, da wären wir. Schau nur. Wow, der Ausblick ist atemberaubend. Da fehlen dir die Worte, wie? Von hier aus kannst du deinen Blick über ganz Ruhe hinausschweifen lassen. Ein Geheimtipp ist dieses Fleckchen aber nicht. Alle im Dorf schätzen diese Aussicht. Deshalb wollte ich sie dir unbedingt auch mal zeigen, Nagi. Schön hier, oder? Puh, nach einem anstrengenden Abenteuer ist das genau das Richtige. Einfach den blauen Himmel betrachten und die Seele baumeln lassen. Ja, das stimmt. Und dieses laue Lüftchen tut auch sehr gut. Das Wetter ist heute wirklich besonders schön. Unser Abenteuer war auch ein voller Erfolg. Echt zu schön, um wahr zu sein. Sieh dir nur diese gewaltigen Wolken an. Sie sind größer als dieser Baum hier. Und doch ziehen sie frei am endlosen Himmel dahin. Aber von hier aus sehen sie total klein aus. Da fühlt man sich erst wieder mal bewusst, wie unvorstellbar groß unsere Welt ist. Hach, ich möchte auch eine Wolke sein. Was? Okay. Jeder hat seinen eigenen Wünschen, aber das habe ich auch noch nie gehört. Ich möchte eine Wolke sein. Eine Wolke? Schwerelos wie eine Wolke möchte ich das Dorf hinter mir lassen und die Welt sehen. Ich möchte viele Pokémon begegnen. Vielen Pokémon begegnen. Korrektes Deutsch ist natürlich auch sehr wichtig. Und allerlei Abenteuer erleben. Genau deshalb will ich auch bei dem Vorstadtteam in der Stadt mitmachen. Wenn ich erstmal Mitglied bin, werde ich ganz bestimmt schön weit rumkommen. Und dann eines Tages werde ich eine Karte der gesamten Welt erstellen. Das ist mein großer Traum. Verstehe. Das ist also der Traum, den Itsuna antreibt. Träume zu haben ist eine gute Sache. Ich würde sie gerne dabei unterstützen. Hach, aber was rede ich da? Alles Tagträumerei. Das schaffe ich eh nicht. Was? Ja, ernsthaft? Du wirktest vorhin auch so zuversichtlich. Und jetzt das? Itsuna! Komm schon. Ein bisschen anstrengender wird das schon. Kinder dürfen dem Vorstadtteam gar nicht beitreten. Und selbst wenn, alle sagen, es sei zu gefährlich außerhalb des Dorfes. Tut dies nicht, tut das nicht. Das ist alles, was ich immer zu hören kriege. Warum müssen die Erwachsenen uns Kindern immer den Spaß vermiesen? Immer fühlen sie sich im Recht und halten Stand, pauken und belehren uns. Und dann? Wenn wir auf sie hören, dann sind Spaß und Nervenkitzel Fehlanzeige. Ja, bei waghalsigen Plänen bekommt man bestimmt die Ohren langgezogen. Aber aufgeben werde ich nicht. Ich werde meinen Traum ganz sicher nicht begraben. Auf gar keinen Fall. Niemals. Nie und nimmer. Niemals. Auf keinen Fall. Deswegen sei Nagi und deswegen deshalb und so. Nagi. Pack. Kann ich mal nicht. Wie kannst du einfach einschlafen? Nanu? Nagi? Na sowas. Der schläft tief und fest. Das Abenteuer muss ihn doch sehr erschöpft haben. Hör mal, Nagi. Würdest du mir dabei helfen, meinen Traum zu verwirklichen? Oh, du hast doch gerade genickt, oder? Ich hab geschlafen. Ich hab nicht genickt. Ja, ganz sicher. Ich hab's gesehen. Hurra. Vielen Dank, Nagi. Super. Dann verspreche ich dir, mein Bestes zu geben. Du wirst schon sehen. Ich werde allen zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. So kommt natürlich auch ein Versprechen zustande. Sehr gut. Und es ist Nacht. Und ruhig. Und ich bin allein. Ich fühle mich so einsam. Mein Gott. Wo ist Itsuna? Ich brauche meine liebe Itsuna. Die bringt mich immer zum Lachen. Auf dem Hügel habe ich mich so wohl gefühlt, dass ich glatt eingenickt bin. Dieser Hügel mit dem großen Baum ist ein wirklich toller Ort. Die Natur in der Pokémon-Welt ist wirklich wunderschön. Und angenehm leben lässt es sich hier sicherlich auch. Aber warum bin ich bloß in dieser Welt gelandet? Und warum habe ich mich in ein Pokémon verwandelt? Außerdem mache ich mir Sorgen wegen den Megalon, die mir auf den Fersen sind. Ob ich wohl einfach hier bleiben kann? Is das wieder Rai Quasa? Was? Was war das? Dieses Gefühl. Zum ersten Mal empfinde ich Angst. Echte Angst. Wow. Warum auch immer du echte Angst verspürst. Aber es wird wahrscheinlich schon einen Grund haben. Sonst würdest du nicht so empfinden. Aber speichern wir erstmal. Kapitel 4. Praxisunterricht. Oh nein. Das klingt schon so nach Langeweile pur. Am nächsten Morgen. Meine Güte, habe ich gut geratzt. Dann will ich mal aus dem Haus gehen. Ganz langsam. Blanas ist anscheinend nicht da. Da ist ein Zettel. Hm? Was ist denn das? Eine Nachricht? Von Blanas? Nagi liest die Nachricht von Blanas. Hallo Nagi. Wie du schon gemerkt hast, bin ich nicht zu Hause. Punkt. Ich muss etwas Dringendes erledigen und kann die Sache auch leider nicht aufschieben. Ich werde wahrscheinlich ein paar Tage unterwegs sein. Du wirst also so lange allein zurechtkommen müssen. Es ist genug zu essen im Haus. Darum musst du dir also keine Sorgen machen. Aber nimm dich vor den Megalond in Acht. Und nicht die Schule schwänzen. Blanas. Ich bin nur für eine Weile auf mich allein gestellt. Nagi. Guten Morgen. Das ist doch Hitsuna. Übrigens, wo ist hier was zu essen? Ich sehe nur diese Pflanze, das bisschen Wasser, den Schlafplatz von Blanas und dieses Holz. Soll ich das etwa essen? Denn man von nur, weil ich ein Kanimari bin und starke Zähne habe, kann ich das runterwürgen. Aber egal. Hitsuna, ich habe dich vermisst. Schön, dass du da bist. Da bist du ja. Guten Morgen, Nagi. Als Nachbarn können wir doch zusammen zur Schule gehen. Was sagst du? Klar, gerne doch. Mit so einer Süßen wie dir, da gehe ich doch sofort los. Das macht irgendwie total Spaß. Bis du kamst, musst du nicht immer alleine zur Schule gehen, weißt du, Nagi? Guten Morgen, Herr Konrektor. Ja, und diesmal habe ich es richtig vorgelesen. Ich habe das letzte Mal immer Konkretor gelesen. Oh mein Gott, ey. Aber ich habe auch noch nie Konrektor gehört. Ich kenne ja Rektor, aber nicht Konrektor. Aber egal. Das ist jetzt nicht wichtig. Guten Morgen. Oh, die Unruhe stiftet in der Schule. Und das so früh am Morgen. Heute mal ganz ohne Verspätung. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Guten Morgen, Saisonkits. Guten Morgen. Guten Morgen, Schnuti. Schnuti? Oh Gott. Du gehst mir schon wieder mächtig auf den Senkel. Und wer, du nennst mich doch einmal Schnuti. Guten Morgen, Pump. Hau ab, du alte Nervensäge. Du musst mir ja die Luft zum Atmen weg. Es ist schon heiß genug. Guck, da brauche ich nicht noch... Da brauche ich nicht auch noch auf mir kleben. Hehe, die sind offenbar alle mit dem falschen Fuß aufgestanden. Hey, Psiau und Viskora. Guten Morgen. Ah ja, stimmt ja, da ist ja auch noch ein Psiau in der Klasse. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Oder damit. Und wir dürfen schon wieder speichern. Wir haben noch gar nicht wirklich was gemacht, aber... Okay, besser einmal zu viel als einmal zu wenig. So sehe ich das zumindest. Und sieh an, die Schule ist anscheinend schon vorbei. So gefällt mir das. So, es wird Zeit. Der Unterricht kann beginnen. Oh nein, der Unterricht beginnt jetzt erst. Oh, ho, 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 ho. Ich freue mich nicht. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Porenta. Das ist auch schön, wisst ihr? Pokémon-Trainer, die zehn Jahre alt sind, müssen nicht mehr zur Schule gehen, aber Pokémon müssen. Das ist irgendwie seltsam. Heute steht Praxisunterricht auf dem Lehrplan. Oh, ho, ho, ho. Warum auch immer die sich da so sehr freuen? Praxisunterricht? Das heißt, dass der Unterricht heute in einem Dungeon stattfindet. Wir dürfen alle zusammen ein Abenteuer bestehen. Oh, jetzt. Hier wird nicht geschwätzt. Hört gefällig zu, wenn ich rede. Ähm, also schön. Heute findet der Unterricht im Wald hinter der Schule statt. Der Eingang zum Wald hinter der Schule findet ihr hier drüben. Irgendwo tief und weit haben wir zwei Fahnen aufgestellt. Das Team, das zuerst eine Fahne findet, hat gewonnen. Herr Porenta, Herr Porenta. Wie sieht die Teamaufteilung aus? Danach geht zu uns in die Klasse gekommen, ich werde einer hierbleiben müssen. Teamaufteilung? Jedes Team besteht aus drei Pokémon. So große Teams würden ins Chaos ausraten. Aber ganz alleine wäre es irgendwie langweilig. Deshalb sind Dreierteams ideal, wenn man einen Dungeon erkunden will. Das sagst du, aber ich bin lieber zu zweit unterwegs. Das ist für mich wesentlich komfortabler. Die Teamaufteilung läuft wie folgt. Team 1, Pampamp, Schnuthelm und Sesokids. Team 2, Viscora, Izuna und Nagi. Oh nein, ich bin im selben Team wie Pampamp und Schnuthelm? Wow, was für ein Glück. Im selben Team wie Sesokids, das süßeste Pokémon in der Klasse. Ha, 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 ha. Ah, Pampamp, du bist so doof. Und außerdem, das süßeste Pokémon in der Klasse ist immer noch Izuna, ja, dass das mal klar ist. Zeigen wir Ihnen, wo der Hammer hängt, Sesokids. Wenn's denn sein muss, ist er schließlich im Rahmen des Unterrichts. Und was ist mit mir, Herr Porenta? Du bist unsere Koordinatin, Psyau. Koordinatorin, so heißt es. Der Schlüssel zum Erfolg ist Teamwork. Du wirst deshalb hierbleiben und die beiden Teams telepathisch unterstützen. In Ordnung. Wir sind im selben Team gelandet, auf gute Zusammenarbeit. Ich weiß, ich falle dir mit meiner kopflosen Art immer zu Last, Viscora. Aber diesmal wird alles besser. Ich werde mich richtig ins Zeug legen. In Ordnung, auf gute Zusammenarbeit. So, es wird langsam Zeit aufzubrechen. Heute nenne ich euch bei, wie ein echter Profi Items einzusetzen. Ich werde gleich die Itemboxen verteilen. In ihnen ist das heutige Unterrichtsmaterial. Eure Sachen nehme ich bis zum Ende des Unterrichts in Verwahrung. Keine Sorge, ich packe sie nur in die Lagertruhe, da sind sie sicher. Nehmt den Inhalt der Itemboxen an euch und schaut ihn euch genau an. Wenn ihr den Dungeon meistern wollt, müsst ihr euch eure Items gut einteilen. Gut, darf ich jetzt einem Team aus... Moment. Gut, darf ich jetzt einem aus jedem Team darum bitten, eine Itembox abzuholen? Darf ich sie abholen? Bitte, 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 bitte. Darf ich? Klar. Izzuna überreicht Herr Porenta das Halbseligkeiten der Teammitglieder. Die Halbseligkeiten der Teammitglieder. Und erhält dafür eine Itembox mit dem heutigen Unterrichtsmaterial. Wunderbar. Also dann, Kinder. Es geht los. Viel Erfolg. Hurra. Keine Zeit zum Trödeln. Wir müssen gewinnen. Aber hallo, ich will auf keinen Fall gegen Nagi verlieren. Macht's gut, ihr Pfeifen. Wir überlassen euch den Vortritt. Wir haben es nämlich gar nicht nötig, zuerst reinzugehen. Wir schaffen das auch so. Kommt, lasst uns auch schnell losgehen. Auf in den Wald hinter der Schule. Okidoki. Vielleicht sollten wir noch mal kurz mit Psyau reden. Ich bleibe mit euch in Kontakt, während ihr im Dungeon seid. Okay. Willst du Cora? Ob das eine so gute Idee ist? Ein klein wenig Angst habe ich ja schon. Pfingst, was sagst du? Lass uns auch schnell losgehen. Zeit, den Wald hinter der Schule zu erforschen. Und Sie, Herr Porenta, was haben Sie zu sagen? Ich bewache eure Items in der Zwischenzeit in der Lagertruhe auf. Keine Sorge, da gehen Sie nicht verloren. Nutzt ihr die Items, die ich euch gegeben habe, dann schafft ihr den Dungeon schon. Gut, dann können wir ja jetzt zu dritt. Auf in den Wald. Auf geht's! Geben wir unser Bestes! Das werden wir. Wald hinter der Schule. So heißt der Dungeon auch noch. Was für ein kreativer Name. Und wir können schon direkt weitergehen. Das ist ja ein bisschen langweilig. Deswegen werde ich erstmal gucken. Okay, ein Galappa... Ein was? Ein Galappa-Floss. Okay. Wie gesagt, ich bin mit den neuen Pokémon immer noch nicht so ganz vertraut. Und oh Gott, ich laufe lieber weg. Ähm, eigentlich würde ich es bevorzugen, wenn ich nach vorne gehe und ihr lauft hinter mir her. Dann muss ich euch nicht schieben. Oh mein Gott, gleich drei Pokémon auf einmal. Ein Iguana, das ist doch ein Elektro-Typ. Ha, was mache ich da am besten? Wie wäre es mit Eiszahn? Das könnt ihr eventuell zurückschrecken. Oder einfrieren! Das ist natürlich noch besser. Moment mal, kann ich den nicht angreifen, solange er eingefroren ist? Okay, anscheinend kann ich ihn nicht angreifen, solange er eingefroren ist. Das ist schlecht. Und? Ach, Izzuna, du machst mich stolz. Oh oh. Hier könnte ich ganz bösen Schaden nehmen. Genau, unterstütze mich mit. Und Viscora hilft auch, sehr gut. Ha, und da macht sich einer aus dem Staub. Ich glaube es ja nicht. Okay, nochmal. Eiszahn! Attacke ist fehlgeschlagen. Okay. Geht wahrscheinlich nicht um die Enkel, dann Aquaknarre. Geht auch nicht. Oh oh. Aber das macht gar nichts, denn ich habe eine Sinelbeere. Drei Stück, um genauer zu sein. Mia. So, endlich kommst du her. Dann kann ich dich ja mal gepflegt fertig machen, du lahme olle Schildkröte, du. Wenigstens Izzuna kriegt es mit dem Treffen drauf und Viscora auch. Was ist denn mit mir los? Warum trifft meine Attacke überhaupt nicht? Okay, ein Warpzweig. Und okay, stimmt ja, ich kann damit, ich vergaß, ich kann damit B an den Pokémon vorbeilaufen. Stimmt ja, ich vergaß. Dann muss ich sie auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend schieben. Aber vielleicht sollte ich jetzt mal doch weitergehen, bevor ich meine ganzen Items verschwende. Du kannst jetzt die Taktik deiner Mitstreiter festlegen und somit bestimmen, wie sie im Kampf agieren sollen. Wenn du die Taktik eines Teammitglieds ändern möchtest, wähle das Menü. Wähle Taktikwahl aus, okay. Wir lassen es erst mal so, wie es ist. Und besiegen diesen kleinen Tyrannosaurus Rex. Wie er auch immer. Balgoras heißt der, genau. Es lag mir auf der Zunge, ganz ehrlich. Oh, er ist schon wieder eingefroren. Gut, ähm. Warum kann ich die da nicht angreifen? Das ist irgendwie doof. Na gut, nochmal. Eiszahn! Er ist schon wieder eingefroren. Oh. Dann mache ich halt ein paar Übungsschläge, um zu zeigen, wie cool ich bin. Jetzt aber Agfaknarre, bevor ich ihn nochmal einfriere und ihm nicht Schaden zufügen kann. Ähm, Izona. Ah, gut, dass du von da hinten aus angreifst. Das ist ja anscheinend eine schön ruhige Position ausgesucht. Jetzt sehne ich mich allerdings nach einem Wunderfeld. Und hier ist anscheinend nur wieder... Oh, hier geht's doch runter. Ich dachte, das wäre wieder nur ein Kreis, wo wir dann rüber rumgehen und dann passiert gar nichts. Oh, da sind zwei Pokémon. Ah, Biscora, halte durch! Ich setze auch Agfaknarre ein. Ähm, Fingst, das mit dem Treffen, das kriegen wir aber noch drauf, oder? Na, warte, du Galapaplos. Das werde ich dir heimzahlen. Nimm diese Metallklaue! Die nicht effektiv ist. Aber Fingst hilft mir ja aus der Patsche. Wow! Fingst, ich vertraue mich jetzt voll und ganz auf dich. Wenn das jetzt nicht hinhaut, dann habe ich ein Problem. Biscora, du bist mein Lebensretter! Und die Zona steigt auf. Hervorragend! Ich hätte nicht gedacht, dass mich mal ein Biscora jemals aus der Patsche helfen wird. Aber gut. Jetzt ist es passiert. Ich weiß es sehr zu schätzen, liebes Pokémon. Vielen Dank. Moment, da ist doch ein Item. Das will ich mitnehmen. Es ist ein Elixier. Und ich muss schon wieder die Zona schieben. Ach, muss ich nicht. Ich kann ja einfach B drücken, wie gesagt. Dann nehmen wir mal... Joa, ich muss mal die anderen Attacken so ein bisschen aufboosten. Also nehmen wir mal Ackverknarre. Oh, Biscora, kein Absorber? Das ist nicht schlecht. Das ist ziemlich gut. Und ein weiterer Level aufstieg. Auf Level 9 bin ich schon. Nicht schlecht. Hervorragend. Gefällt mir. Das geht ja hucki zucki. Jetzt aber raus hier. So, ein weiteres Wunderfeld und Geld. Gut, dass du es aufgehoben hast, die Zona. Ich will ja irgendwann mal so ein Speicherding kaufen, damit ich in Dungeons speichern kann. Linfu, du schon wieder. Ach, was soll ich bloß gegen dich machen? Am besten Eiszahn. Oder auch nicht Eiszahn. Weil er mal wieder daneben geht. Er wird dir auch mit den Tieren nicht viel helfen. Du bist besiegt. So, was haben wir hier? Einen weiteren Zweig? Wandelzweig? Was genau macht denn der? Mal gucken. Wo ist denn der jetzt? Ach, da. Wird er geschwungen, wird das Poké in der Blickrichtung weg teleportiert. Und zu dem Zustand Versteinerung versetzt. In den Zustand Versteinerung. Okay. Das klingt sehr vorteilhaft. Oh, das ist schon wieder dieser Mini-T-Rex. Ich nenne ihn immer so. Mini-T-Rex. Eiszahn. Oh, jetzt. Frier doch nicht jedes Mal ein. Nur weil ich meine kalten Zähne in deinen Hals reinjage. Jetzt rät sie mal zusammen. Anscheinend habe ich echt eine Truppe, auf die man sich verlassen kann. Das gefällt mir echt sehr gut. Nur werde ich langsam hungrig. Ein Volltreffer. Schön, dass man das vorher so ein bisschen sieht, dass das ein Volltreffer wird. Aber Leute, ich habe es heute auch nicht mehr besprechen. Das ist ganz schlimm. Aber ich bin auch immer noch so ein bisschen aufgeregt, weil Super Mystery Dungeon ist immer noch so neu und schön. Und ich bin einfach jetzt schon total verliebt in das Spiel, wisst ihr? Du setzt doch nie Explosionen oder Finale ein, oder? Nein, das tust du doch ganz bestimmt nicht, mein Lieber. Das wäre doch jetzt viel zu fies für so einen frühen Dungeon. Was? Irgendwas wurde auf Null gesenkt. Ich habe nicht aufgepasst. Gucken wir mal den Status nach. Okay, Izzuna hat keinen Psystrahl mehr. Das ist... Ja, vielleicht sollte ich hier ein Elixier geben. Oh, ich habe sogar ein Speichergerät bekommen. Nice. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay, ein Elixier. Für Izzuna. Schon wieder, du? Warum bist du so oft vertreten hier? Lebst du hier, oder was? Zack, geht doch. Da ist noch ein Zweig. Ein Schlafzweig. Sehr schön. Und hier oben ist... Ein Linfu. Das man ganz einfach mit Psystrahl verwirren kann. Sehr fein. Hast du mal wieder richtig klasse gemacht, Izzuna. Wenn ich bloß auch so clever wäre und treffen könnte. Ja, ich habe zu diesem Sieg nicht sonderlich viel beigetragen. So, da ist ja eben ein Wunderfeld. Da trete ich mal kurz drauf. Nein, verdammt. Ich wollte doch gar nicht den Beutel aufmachen. Mann. Oh, schon wieder eine Schildkröte. Ja, ich vergesse immer den Namen von diesem Pokémon. Aber es gibt Schlimmeres, glaube ich. Wissen Handy ist das? Meins ist es nicht. Hä? Was war das? Izzuna, Nagi, Viskora, könnt ihr mich hören? Das ist die Stimme von Psyau. Psyau kann dank ihrer Telepathie auch aus der Ferne mit anderen sprechen. Ja, Psyau, wir hören dich laut und deutlich. Bei euch scheint ja soweit alles in Ordnung zu sein. Ich werde mich während ihr im Dungeon seid öfters bei euch melden. Bis dann. Alles klar, bis dann. Sag mal, was treiben eigentlich Pampam und sein Team? Sind sie uns voraus? Ja. Ich habe sie vorhin kontaktiert. Und es klang so, als seien sie ein gutes Stück vor euch, Izzuna. Verstehe, danke. Wir dürfen uns nicht von ihnen verführen lassen. Vorführen lassen, verführen lassen, ist auch gut. Oh Mann. Los, wir müssen mehr Tempo machen. Noch mehr Tempo als bisher? Ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann. Du schaffst das schon, ganz sicher. Kein Problem, kein Problem. Wir müssen sowieso durch diesen Dungeon, also will ich auch gegen Pampam gewinnen. Das sieht ja doch genauso, oder? Komm schon, auf geht's. Ach, armes Viscora. Es zwingt schon an zu schwitzen. Meditierst du da einfach so vor unseren Augen? Das geht ja mal gar nicht. Da muss man doch glatt mal Glut einsetzen und mal ein bisschen das Feuer entfachen. Gut, und ich benutze... Joa, Metallklaue. Ich treffe irgendwie mit dieser Attacke nicht. Kann das sein? Haben meine beiden Partner mich mal wieder gerettet? Vielen Dank. Und irgendwo hier ist ein Apfel. Den will ich haben. Oder will ich lieber die Treppe hoch? Eigentlich müsste ich mal dringend was essen, aber ich habe ja ein paar Äpfel. Miam. Schmatz. Das war gut. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen Tempo machen. Wir wollen ja Pampam und seine Bande schließlich noch einholen. Und ich gehe mal lieber... Oh, du schon wieder. Ah, was mache ich bloß mit dir, mein Freund. Na, endlich. Endlich kannst du weitergehen, oder auch nicht. Wir werden hier immer wieder von den gleichen Pokémon überrumpelt. Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht tauchen da ja später noch andere auf. Kommi zu, Naps. Du Strahl. Oder Glut. Glut ist auch gut. Ich bin besiegt. Mein erster Mini-Beleber-Saben geht futsch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so reinhaut, ehrlich gesagt. Und der schon wieder... Ich sehe immer nur die gleichen Pokémon. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und so langsam gehen mir auch ein bisschen die AP aus. Aber da liegt ja ein Elixier. Irgendwie, Scora, du hältst doch durch, oder? Ich greife eben mit Aquaknarre an. Die natürlich nicht trifft. Und Psy-Stahl trifft auch nicht. Aber du kannst dich ja auch heilen. Meine letzte Aquaknarre geht für dich drauf. Sollte also vielleicht mal ein Elixier zu mir nehmen. Alle AP wieder regeneriert. Und Viscora, du bist so ein bisschen im Weg. Aber nur ein bisschen. Ich nehme es dir nicht übel. Also nur mal so nebenbei angemerkt. Wo bin ich jetzt gelandet? Auf Etage sieben. Sieben ist meine Glückszahl. Also wird hier bestimmt was Gutes passieren. Naja, ich habe immerhin zwei Wunderfelder gefunden, ne? Ist doch toll. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Freut ihr euch? Yay, die Zuna freut sich für mich. Mal schnell an den Beinen. Ach, du schon wieder. Du schon wieder. Aber da habe ich zum Glück meine AP aufgefüllt. Nicht komplett, wie ich vorhin gesagt habe. Aber immerhin ein bisschen. Leute, treffen wir, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann können wir auch ein bisschen was erreichen. Level von die Zuna ist auf 8 geschieben. KP steigen um 1. Angriff steigt um 1. Verteidigung um 1. Alles nur um 1. Ne. Spezialangriff steigt um 2. Das ist natürlich ein bisschen besser. Und die Initiative steigt auch um 2. Jetzt aber noch mal kurz auf das Wunderfeld. Ruf. Und dann weiter hier. Ich hoffe, ich muss Viscora später nicht wieder mitschleppen. Es ist zwar mal zur Abwechslung ganz nett, drei Pokémon dabei zu haben insgesamt. Aber ich bleibe lieber beim Zweierteam. Oh, du brennst. Du brennst. Das ist schön. Da kannst du mir kaum noch was anhaben. Okay, Geduld. Das könnte natürlich bedrohlich werden, wenn ich dich nicht rechtzeitig ausschalte. Jetzt müssen wir aber treffen. Kratzer, los. Puh. Das hätte schief gehen können, wenn er seine Geduld eingesetzt hätte. Na gut. Ich habe ja noch ein paar Eiszähne. Die sind wesentlich effektiver. Jetzt aber bitte. Ich brauche die Treppe. Ich will jetzt Pampam und seine Banda einholen. Ich kann doch nicht zulassen, dass diese Luschen mich schlagen. Oh Mann. Das soll mich erschrecken? Warum treffe ich nicht? Was ist mit mir los? Jetzt ist der wieder eingefroren. Da oben kommt wieder diese Schildkröte. Galapafloss. Wie auch immer. Aber Izona kümmert sich schon darum. Und das, obwohl sie im Typ Nachteil ist. Izona, ich bin stolz auf dich. Wie oft ich das auch immer sage. Ich sage das ziemlich oft. Oh oh. Izona. Du solltest eine Sündelbeere zu dir nehmen. Puh. Das ging ja gerade noch mal gut. Jetzt aber. Was machen wir? Einfach Knarre. Und ich darf auch mal wieder aufsteigen. Yay. Level 10. KP steigt mal wieder nur um 1. Aber immerhin. Schön, dass überhaupt was steigt. Es soll ja auch Level-Ups geben, bei denen die Werte überhaupt nicht steigen. Oh verdammt. Ich bin ins Wasser gegangen. Sorry, das war nicht meine Absicht. Den lasse ich jetzt einfach mal schlafen. Weil ich gerade keinen Bock auf eine weitere Auseinandersetzung habe. Nur wo ist jetzt die Treppe? Treppe, wo bist du? Ich finde dich. Da bist du ja. Und? Oh man, Leute. Leute, das gefällt mir jetzt eher weniger, dass hier immer die gleichen Pokémon sind. Jep. Mit Teamwork haben wir jetzt mal wieder gelöst, das Problem. Oh. Egoanat. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Schön, dass mal wieder was anderes hier auftaucht. Metallklaue. Oh, wie gut, dass du... Die Zuna ist paralysiert. Nein. Ein Pokémon ist Zustand Paralyse, kann keine Attacken oder Angriffe ausführen und bewegt sich nur langsam fort. Nach einer Weile klingt der Zustand ab, aber du kannst dir beispielsweise auch mit einem Item behelfen. Ich werde dir helfen, die Zuna. Metallklaue los. Und Egoanat ist besiegt. Und auch die Zuna ist wieder normal. Sehr gut. Vielleicht sollte ich mal zur Abwechslung ein Item einsetzen. Probieren wir nochmal den Wandelzweig. Schwing. Haha, Linfu ist versteinert. Natürlich bekomme ich auf diese Art keine Erfahrungspunkte. Und ich glaube, ich laufe jetzt nur im Kreis. Oder auch nicht. Nagi bekommt langsam Hunger. Das soll natürlich nicht sein. Also runter mit dem Apfel. Schmatz. Das war gut. Und anscheinend haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind jetzt ziemlich weit in den Wald vorgedrungen. Aber am Ziel sind wir immer noch nicht, oder? Oh, seht mal da. Eine Lichtung. Nichts wie hin. Viskora, wo bist du? Du bist irgendwie gerade nicht anwesend. Diese Lichtung sieht irgendwie anders aus, als die, durch die wir bisher gekommen sind. Vielleicht sind wir unserem Zielort ja doch schon recht nah. Nanu? Wo steckt denn Viskora? Hm? Du hast recht. Viskora ist weg. Woher könnte er nur verschwunden sein? Ja, das hat... Oh. Dein Handy. Geh mal ran. Hier spricht Psyou. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Ich verstehe euch nicht. Lauter deutlich, Psyou. Wo seid ihr jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir könnten bereits ganz in der Nähe des Zielorts sein. Wirklich? Dann gratuliere ich euch. Sieht ganz aus, als hättet ihr es vor Pampam und seinem Team geschafft. Wirklich? Wirklich? Als ich sie das letzte Mal kontaktiert habe, waren sie noch nicht so weit wie ihr jetzt. Ihr müsst sie also irgendwie abgehängt haben. Das sind ja großartige Neuigkeiten. Hurra! Wir gewinnen vielleicht. Schnell, wir müssen weiter. Ähm, und was ist mit Viskora? Hoffentlich ist mit Viskora alles in Ordnung. Ja, das arme Pokémon. Der hat da jetzt wahrscheinlich irgendwo Angst und wird angegriffen, aber egal. Gehen wir weiter. Und das sind die Fahnen. Wir haben es geschafft. Wir sind als erstes hier. Nagi, sieh nur. Können das die Fahnen sein, von denen Herr Porenta gesprochen hat? Nein, das sind bestimmt gefälschte Fahnen. Das können niemals die richtigen sein. Das kombiniere ich jetzt. Eiskalt. Beide Fahnen stehen noch. Das heißt, wir sind tatsächlich die Ersten hier. Sieht so aus. Aber mich beschäftigt eher die Frage, was mit Viskora ist. Hä? Viskora? Stimmt, es war plötzlich verschwunden. Wirklich etwas besorgniserregend. Etwas! Das ist unser Freund. Der ist in Gefahr. Und du denkst nicht mal drüber nach. Oh, endlich sind wir vorangekommen. Wer sagt's denn? Ich hab das Gefühl, dass die Fahnen ganz in der Nähe sind. Pam, Pam und die anderen. Wir müssen uns schnell die Fahne schnappen. Dann auf. Hurra, wir haben den Dungeon als Erster geschafft. Ah! Das tut mir echt leid für euch. Aber wir sind hier heute die Nummer 1. Hahaha! Aber, was ist mit Viskora? Aber, ihr habt Viskora verloren, oder? Ja. Und? Wo steckt er jetzt? Wahrscheinlich noch irgendwo im Dungeon. Das gibt's doch wohl nicht. Was habt ihr beiden euch nur dabei gedacht? Ich werde ihn sofort suchen gehen. Das Team von die Zone hat den Dungeon zuerst geschafft. Das ist ja schön und gut. Aber, dass ihr ein Mitglied eures Teams zurückgelassen habt, ist ja nicht erfreulich. Oh! Hehehehe! Ich verrate euch jetzt einmal, worauf es meiner Meinung nach wirklich ankommt. Die Mitglieder eines Teams sollten stets füreinander da sein. Sie arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin. Und jeder kümmert sich um den anderen. Und das ist noch wohl wichtiger, als einen Dungeon als Erster zu schaffen. Hehehe! Aber jetzt ist keine Zeit, herumzustehen. Viskora rät vielleicht noch durch den Wald. Ihr solltet ihn schnell suchen gehen. Jawohl! Oh Mann! Es sah so gut aus für uns. Und jetzt... Herr Porenta, ich gehe auch nach Viskora suchen. Hahaha! Was für eine Genugtuung! Pam-pam! Das ist kein bisschen zum Lachen! Jawohl! Klapper, klapper, klapper! Und die Schule ist vorbei. So ging ein weiterer Schultag zu Ende. Und dann nach dem Unterricht... Oh! Sie haben Viskora gefunden? Das ist jetzt seltsam, dass das Offscreen passiert ist. Aber okay. Ich bin total froh, dass wir Viskora gefunden haben, bevor ihm noch etwas zustoßen konnte. Aber... Das habe ich wohl richtig vermasselt. Ich wollte unbedingt, dass wir die Ersten wären und habe alles andere vergessen. Du, Nagi! Sag, hältst du mich eigentlich für eine Nervensäge? Hä? Pam-pam und Schnurthelm nennen mich immer eine Nervensäge. Heute ist auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Manchmal habe ich schon das Gefühl, ich bereite allen nur Schwierigkeiten. Und du, Nagi? Was denkst du? Hältst du mich auch für eine Nervensäge? Hm, was antwortet man bloß auf sowas? Denkst du, Itsuna ist eine Nervensäge? Sie kann manchmal wirklich nervig sein oder sie ist eine Nervensäge? Unsinn! Unsinn! Du bist ein ganz liebenswertes Pokémon, Itsuna. Du bist nur ein bisschen eigen. Das ist alles. Das würde ich nicht unbedingt als nervig bezeichnen. Das stimmt nicht. An den Zwischenfall mit Viscora heute bin ich genauso schuld wie sie. Aber manchmal denkt sie nicht richtig nach und zieht anderen Schwierigkeiten hinein. Dass ein... Äh, 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 normal. Ich lehme schon viel zu lange auf, aber gut. Dass das einigen sauer aufstoßen kann, ist also wohl nicht ganz unverständlich. Vielleicht sollte sie öfter auch auf die Bedürfnisse der anderen achten. Gut. Jetzt muss ich das Ganze nur noch irgendwie klar machen für Itsuna. Was? Wirklich? Verstehe. Du hast sicher recht. Jedes Mal presche ich nach vorn, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Oh, irgendwie habe ich mit meiner Antwort wohl alles noch schlimmer gemacht. Ich weiß es doch selbst. Ich vermassle immer alles und bereite allen nur Schwierigkeiten. Es tut mir leid, Nagi. Es tut mir leid, dass ich immer so nerve. Ich werde mir alle Mühe geben, in Zukunft rücksichtsvoller zu sein. Ähm, Mitsuna! Geh doch nicht weg! Oh je! Ich hätte nicht gedacht, dass meine Worte sie so hart treffen würden. Manchmal ist es ganz schön schwierig, seine Gefühle verständlich auszudrücken. Wer auch immer da lacht. Auch hier herrschen negative Gefühle. Die Kraft. Ich spüre, wie sie wächst. Das war äußerst mysteriös. Aber zuerst mal müssen wir Itsuna wieder aufpäppeln. Das ist ja... So kenne ich sie ja gar nicht mit so einem traurigen Gemütszustand. Aber gut, das muss dann bis zum nächsten Part warten. Wir haben ja heute ziemlich viele Abenteuer erlebt. Und der Arme Viscora wurde anscheinend doch noch rechtzeitig gefunden, bevor ihm irgendwas passiert ist. Das freut mich. Und ja, genug gebrabbelt für heute. Wir nehmen schon über 40 Minuten auf. Das ist eindeutig zu viel. Also würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.